Hallo, hier bei Kados Lego, es ist tiefster Winter bei uns und wir denken uns ein bisschen in den Sommer zurück oder voraus schon mal, je nachdem wie man es sehen will. Der Sommer ist vorbei, der letzte, der neue, nächste wird aber allerdings kommen, kann man dann wie gesagt sehen wie man will. Ich habe das Strandhaus aufgebaut und ich zeige euch als erstes mal die Figuren. Da haben wir hier eine Frau, Ladies First sozusagen, und die sieht nach Urlaub aus. Hat so eine Blumenkette um, gestreiftes Oberteil, gut lange Hose, weiß ich nicht, ob das bei dem Wetter, vielleicht ist es so eine dünne Hose, weiß ich nicht. Und sie hat Haare, ja Haare nichts Besonderes, und ein zweites Gesicht und man sieht, das ist so ein halb Bikini-Oberteil, würde ich sagen, zugebunden so hinten. Und sie hat ein Sonnenbrillengesicht, das setzen wir doch gleich mal auf, wenn hier so schön, wenn man in so einem schönen Haus Urlaub macht, da darf man auch mal das Sonnengesicht aufsetzen. Sieht doch toll aus. So, damit sie nicht alleine ist, hat sie hier ihren, was weiß ich, Kumpel, Sohn, Freund, Mann, Bruder, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist er männlich, er hat ein Surfshirt an, er hat immerhin die Arme nackig, aber auch eine lange Hose, warum auch nicht, man kann ja ein bisschen Partnerlook machen. Moderne Frisur, wird vielleicht mit der Mähne aber auch ein bisschen warm, auch bei ihr im Sommer, aber gut. Zweites Gesicht hat er übrigens auch, er kann brechen, also zumindest kurz davor sein, wahrscheinlich, wenn er irgendwie auf den Wellen reitet, mit seinem Surfboard, das ist ein ganz normales Surfbrett, hier wie man es kennt. Äh, ja, Haare aus dem Gesicht, dann guckt er auch wieder fröhlich. So, hinten übrigens nicht bedruckt. Vielleicht wird ihm auch schlecht, wenn er hier mitfährt, das ist so ein Jetski-Boot, irgendwas. Es schwimmt nicht wirklich, aber man kann es sich vorstellen, man kann ihn da auch schön draufsetzen. Also, ich glaube, man stellt sich auf sowas, oder? Dann müssen wir mal die Arme hier so ein bisschen anpassen. Ja, ich glaube, man steht auf so einem Teil. So, genau, da hat er es in der Hand und ab geht die Post hier. Hui, reitet er über die Wellen, die übrigens auch zum Teil vorhanden sind in diesem Set. Ist doch nett, hier so ein bisschen Rot-Weiß-Grau und Schwarz ist auch dabei. Ist doch schön, so stellen wir sie viermal weit darüber, oder sie fällt um. Hier, das finde ich wunderbar. Ich bin hin und weg von diesen kleinen Tierchen. Eine Schildkröte mit Panzer und Flossen als Füße hier sogar, so einen Kopf haben sie dargestellt. Mit diesen lieben Augen, wenn man jetzt andersrum guckt, sieht es eher böse aus, aber das wollen wir ja nicht. Die Schildkröte ist ja fröhlich, es ist ja Sommer. Sie hat Besuch in ihrem Haus, ist nicht alleine, da ist doch alles wunderbar. Die Flossen finde ich clever, hier als Beine zu nehmen, das finde ich immer bei Creator toll, diese kreativen Sachen. Es ist, ach, es ist niedlich, ich bin einfach wirklich hin und weg. So, dann schauen wir uns mal die eigentliche Struktur hier an, das Haus. Man sieht schon, blau und blau gestreift und wir fangen mal unten an. Wir können das hier auch aufklappen, zeige ich gleich noch. Da haben wir hier unten eine Hängematte, da können wir die Frau noch reinlegen, ihn übrigens auch, aber er ist ja auf seinem Jetski, zeige ich dann gleich noch. Hier unten ist ein Seesterm, beziehungsweise etwas Weißes, ich weiß es nicht, aber ich vermute, es könnte eine Muschel sein. Irgendwie sowas soll es vielleicht darstellen. Dann haben wir hier rechts Wasser mit ein paar Wellen sogar. Wir haben hier so Säulen, wo das draufsteht, falls mal Hochwasser kommt, ist man im Haus sicher. Und hier eine Palme, die finde ich schön. Ich mag Palmen hier auch, dass die so rüber gewachsen ist. Ist ein bisschen klein, wächst hoffentlich noch. Dann haben wir hier eine Leiter und man sieht schon hier überall so kleine Sandberge. Hier sieht man übrigens das Grau von dem Hinge, wo man das dann auf und zu klappen kann. Hier so Bögen sind auch verbaut, finde ich ganz schön. Und hier halt mit diesem Sandhaufen. Finde ich nett, dass das ein bisschen, ja, aufgelockert wurde, nicht bloß eine flache Ebene, wie es bei einigen älteren Häusern war. So, dann haben wir hier aus zwei Teilen zusammengebaut. Eine Angel, die klemmt hier an so einem Clip. Die finde ich cool. Gefällt mir, diese Idee. Und dann haben wir hier eine Lampe. Hier drüben übrigens auch. Zwei Lampen haben wir. Hier so ein kleines Geländer. Man kann trotzdem runterfallen. Und hier ist wahrscheinlich so der Anglersteak, so der erhöhte. Hier haben wir ein Fenster mit Markise. Das ist die gleiche Markise wie hier über der Tür. Eine Fahne, die auch im Wind wehen kann. Man kann sie auch noch nach unten hängen, wenn man es denn möchte. Hier sehen wir einen anderen Ausgang. Hier kann man auch, ah ne, die Leiter klemmt fest. Man kann die theoretisch ja so eine Leiter hochklappen, genau. Man kann die, hier, da kommt keiner mehr rein, aber auch keiner mehr raus. Dann ist es vielleicht nachts ganz angenehm, wenn man weiß, da kommt kein ungewollter Besuch. Man weiß ja nie, in den warmen Ländern, da gibt es ja auch einige exotische Tiere, die man vielleicht nicht unbedingt im Bett haben möchte, die aber vielleicht doch so eine Leiter hochkommen würden. So, gelbe Türen finde ich in Ordnung. Hier oben auf dem Dach haben wir auch noch ein Fenster. Und es stimmt hier nicht mit der Farbe. Hier müsste das hellere Blau sein, aber macht nichts. Mir gefällt es trotzdem. Es sieht sehr nach Urlaub aus. So, Hängematte übrigens Stoff hier, das kann man schön bewegen. Ist auch ganz interessant hier reingehangen. Diese Lampenhalter mit so einem grauen Teil, äh, braunen, runden Teil drüber. Und Inneneinrichtung gibt es auch. Hier haben wir so einen kleinen Garderobenständer. Hier haben wir einen Ventilator, der dreht sich sogar. Hier, wenn man dran dreht, mit so einem kleinen Propeller. Hier so sieht er aus. Ist ganz clever gemacht. Wir haben einen Stuhl, den wir drehen können. Boah, steht ein bisschen im Weg. Wenn man hier reinkommt, rennt man, stolpert man erstmal über den Stuhl. Und fliegt am besten noch ins Aquarium, was hier auch ist. Das ist eine blaue Scheibe, finde ich cool. Der Fisch hier, an die Wand getackert, oder geklickt, besser gesagt. Sieht aber wirklich aus, als wenn der hier drin schwimmt. Hm, ein bisschen langweiliges Aquarium. Ist ja aber ein Goldfisch, der merkt sich eh nicht viel. Hier, die Tür steht auf so kleinen Noppen. Warum auch immer, weiß ich nicht. Hier ist noch so ein Bogen, gut oben ist nicht viel los. Abgesehen von der Möwe. Also ich nehme mal an, es ist eine Möwe. Sieht so, hoppala. Ja, sieht zumindest nach Möwe aus. Hat keine Augen, die kann man sich dann denken, aber gefällt mir. Flügel kann man ein bisschen ändern. Ich finde das lustig, auch hier mit dem Greifer und dem Schnabel. Ist halt ein typischer Lego Creator Vogel. Ist ja auch ein, hoppala, Lego Creator Set. So, jetzt ist hier der Kopf abgeflogen. Gut, zwei weitere Modelle gibt es auch noch. Achso, ich wollte ja noch, ich wollte ja noch, ich wollte ja noch zeigen, wie wir hier die Frau in das, ähm, in die Hängematte legen. Einfach die Beine ein bisschen anwinkeln, dann passt das. Und dann legen wir sie hier einfach rein. So, und da liegt sie. Und entspannt ganz gemütlich. Es ist herrlich. Da kann man sich richtig in den Sommer denken. So, ähm, vielleicht machen wir es andersrum. Das ist ein bisschen flach. Nö, es ist ein bisschen schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, die Frau, ja doch, jetzt liegt sie doch ganz bequem. Surfboard können wir hier oben aufräumen. So ist es zumindest auf der Anleitung vorgesehen. Ähm, ja, angel am besten nach oben. Und dann sind wir fertig. Würde ich sagen, baue ich als nächstes die anderen Modelle. Bis dahin dranbleiben. Danke fürs Zuschauen hier bei Kados Lego. Bis denne. Und tschüss.